Hallo, gestern Abend war ich mal wieder am Ruhrpark in Bochum. Hier auf dem McDonalds Parkplatz findet jeden Freitagabend ein USK Treffen statt. Und auch einige Oldtimer die nicht aus den USA kommen sind zu sehen. Hier ein paar Bilder vom gestrigen Abend. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute. Sorry für die schlechte Bildqualität, aber bei dem Licht ging einfach nicht mehr. Wer mehr sehen will, am Karfreitag, dem 18. April, gibt es am Ruhrpark auch ein US-K-Treffen. Das aber bereits um ca. 14 Uhr beginnt. So, das war's für heute. So, das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017